Ich habe viel über mich selber gelernt, dass ich, auch wenn man weg ist, dass ich mich schon, ich habe mich gut entwickelt, ich habe mich als Person entwickelt, dass ich jetzt in einem anderen Land gewohnt habe. Ich habe gelernt, dass ich nicht immer bei meinen Eltern zum Beispiel Hilfe suchen kann, dass ich jetzt, ich bin mehr selbstständig geworden und hat ein bisschen über das Leben gelernt, glaube ich. Wenn es um Sprache geht, dann geht es für mich ganz einfach, mit Sprache zu lernen. Ich finde das auch, ich mag gerne Sprache zu lernen, ich will gerne immer alles wissen, wie heißt das und wie ist die Grammatik her und her und deswegen glaube ich habe das ganz schnell gelernt, weil ich, das ist einfach viel einfacher, mit dem Team umzugehen, wenn man die Sprache halt versteht. Dann verbringe ich ja Zeit mit meinem Freund und ich habe auch einen Deutschkurs gemacht und würde gerne wieder einen Deutschkurs machen, damit ich noch mehr lernen kann. Sonst bin ich mit den Mädels ins Team, in den Cafés. Lakritze, ja, das habe ich ja immer in die Physiotasche im Spiel mit, weil ich mag ja Lakritze, wenn ich so spiele ab und zu, wenn ich ein bisschen trocken in den Hals bin oder wenn ich einfach Dänemark zu sehr vermisse, kann ich mir einen Lakritz nehmen. Naja, ich nehme das als ein Komplima. Das bin mir ganz sicher, dass das nicht gemeint ist. Das begann, ich nehme das. Däremark ist zum Beispiel. Ich nehme das dann.